Ich habe mir gemerkt, Chat, 424, 425 bis 430 kann ich auf Twitch mir nicht anschauen. Einfach weil das nicht Twitch-tauglich ist. Und damit ganz herzlich willkommen zum letzten Musikvideo, was wir chronologisch jetzt noch auf der Liste stehen haben. Und es ist irgendwo ein bisschen auch emotional angehaucht gerade. Ich weiß nicht, ob der Song jetzt so wirklich krass emotional wird. Ich gehe mal nicht davon aus. Aber es hat trotzdem irgendwie so ein bisschen, ja, sowas Emotionales an sich. Einfach weil es das letzte Musikvideo ist. Und ich weiß noch, wie wir vor einem halben Jahr oder sowas mit Adieu angefangen haben. Und jetzt, ja, auf der Ziellinie der Musikvideos sind mit Dicke Fritten. Ich nenne sie mal Dicke Fritten. Ist ja auch okay. 546 Liken, Support, das kann man halt vor einem Jahr 6... 46... 64 Millionen Aufrufe. Und Chat, ihr habt recht, die sollten auf jeden Fall wirklich mal mehr Musikvideos machen. Also nicht mal so einem Jahr oder zwei im Jahr. So jeden Monat ein Video. Man dreht es am ersten Mal, bringt es am 30. raus oder sowas. Ich würde sagen, wir gehen rein in das letzte Musikvideo, was wir jetzt hier noch vor uns haben. Das ist Stuttgart, oder? 1, 2, 3, 4... Gibt es wirklich eine Stadt, die Rammstein heißt? Es gibt Rammstein nicht als Stadt. Schade. Da würde ich gerne mal vorbeikommen, wirklich. Die Stadt Rammstein. Wo wohnst du? Ja, in der Stadt Rammstein. Ich bin fast erschrocken, aber irgendwie habe ich schon sowas erwartet. Wir haben Trompeten drin, Blasinstrumente, was wir so noch nie wirklich bei Rammstein hatten. Das ist direkt ultra außergewöhnlich. Wir starten nicht mit Riffs rein. Wir starten nicht mit irgendwelchen Synth-Elementen rein. Wir starten mit Blasinstrumenten rein. Super außergewöhnlich. Wer hat die gespielt? Wer kann aus der Gruppe ein Blasinstrument spielen? Flake? Flake hat live schon Trompete gespielt. Meine Güte, Flake kann aber auch alles, oder? Der ist ein universelles Genie. Der ist einfach so ein Universalwerkzeug. Versteht ihr, was ich meine? Das war eine Kapelle. Ach so, war niemand aus der Gruppe, oder was? Ach so, das war eine Kapelle. Ja, moin. Okay, ich habe gedacht, da hat sich jetzt jemand hingestellt mit so einer Trompete. Und ihr sagt sicher, dass ich mir das Video so außer 425 bis 430 so auf Twitch geben kann, oder? Ich hoffe, ihr behaltet recht. Wenn ich jetzt zu anyone in den Urlaub geschickt werde von Twitch, seid ihr schuld. Okay, ganz kurz. Instrumental, ganz geil. Hat ultra viel Druck. Aber andere Frage, welches Instrumental von Rammstein hat nicht Druck? Wir haben harte Riffs. Wir haben super eingängige Drums direkt wieder von Christoph gespielt. Und das funktioniert halt immer. Gib mir harte Riffs. Gib mir ein hartes Schlagzeug, wenn gut ist. Ich bin aber eher Fan davon, jetzt so über die letzten sechs Monate geworden, wenn es so ein bisschen, ja, melodischer angehaucht ist. Siehe Zeit, Ausländer, Sonne, irgendwie sowas. Dass im Refrain halt andere Riffs gespielt werden. Oder halt so ein bisschen, ja, dass so ein bisschen melodischer angehaucht ist. Weil dieses harte Ding können die immer. Die können immer harte Riffs spielen. Die können immer hart auf die Drums hauen. Versteht ihr, was ich meine? Also das Video, ich weiß ja nicht, ne? Ich versuche mich jetzt wirklich bei dem Video zu konzentrieren, so. Aber es gibt schon viele Dinge, die mich ablenken, so. Sag ich so, wie es ist. Warum ist Till blind? Die Szene ist natürlich perfekt gewählt. Hier sieht man auch hier den grauen Starr. Ist Till blind, oder? Jahre, das Leben stumpf, der Alltag grau. Verlier Geduld, Verstand und Haare. Ich hätte gerne eine Frau. Erklärt sich noch, okay, ich glaube, da erklärt sich noch so einiges. Aber es ist natürlich so typisch bayerisch angehaucht, ne? So typisch bayerisch. Wir haben diese Holzhäuser hier im Hintergrund. Till sieht auch so aus. Till hat einen leicht längeren Bart hier an der Stelle. Lederhosen hat jeder an. Die Frauen haben Dirndl an. Die Kinder spielen da irgendwo am Feuer oder sowas. Feuer ist gefährlich. Finger weg vom Feuer, ganz gefährlich. Die Hoffnung will mir schwinden, eine Partnerin zu finden, die mir ebenbürtig ist. Warum sind die Kameraeinstellungen immer so, immer so explizit darauf? Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, man hätte ja die Kamera auf alles richten können, so. Aber jetzt gerade, wo sie diesen Baumstamm quasi hin und her sägen, warum ist die Kamera immer direkt so, versteht ihr, was ich meine? So direkt, dass du nicht mal irgendwie weggucken kannst. Du guckst direkt unweigerlich immer darauf. Denkst du auch, oh, aha, okay. Die mir ebenbürtig ist. Nein, da ist kein Glück in Sicht. Ja, bei dem Bruder ist sowieso nichts mehr in Sicht. Wie ihr schon gesehen habt, falls ihr es nicht gewusst habt, ist Till in dem Video blind. Da ist sowieso nichts mehr in Sicht. Aber es ist eigentlich ein gutes Thema, wenn das so behandelt wird, weil der Chat hat mir schon so ein bisschen Aufschluss darüber gegeben, warum Till hier überhaupt blind ist so. Geblendet von dieser einen Sache immer. Dicke Fritten. Egal, was die Frau anzieht, egal, was die Frau macht. Wir Männer sind immer nur, ja, nicht nur von den dicken Fritten geblendet, sondern generell vom Äußerlichen. Ich denke mal, dass es auch noch gang und gäbe in der heutigen Gesellschaft so, dass es immer noch so ist, dass, ja, wir überwiegend da aufs Äußerliche gucken. Aber ich finde es andersrum genauso. Also Frauen machen das genauso bei Männern. Und ich finde, Aussehen zieht an, Charakter hält fest. Trifft es ganz gut hier in dem Fall. Ich finde generell ist das Thema Aussehen in der heutigen Gesellschaft unglaublich wichtig immer noch. Sie muss nicht schön sein, sie muss nicht klug sein, nein, sie muss nicht reich sein, kein Modell mehr. Chat, ich habe Augenkontakt zu euch, ne? Ich habe darauf nicht geguckt. Also auf was denn? Ich habe natürlich jetzt nicht gerade aufs Video geachtet, ich habe wirklich nur Augenkontakt zu euch gehalten. Aber hier auch als Pre-Refraud, Elemente werden rausgenommen, gerade auch diese Riffs werden rausgenommen, was ja unglaublich den Track wieder zum Atmen bringt irgendwie. Gerade im Verse haben wir ultra harte Riffs, die nach vorne gehen, die den Song nach vorne treiben, nach vorne scheppern so. Was auch cool ist, was auch für Rammstein steht so. Aber gerade im Pre-Refraud oder sowas, ich gehe jetzt gleich nochmal 5 Sekunden zurück, dass es so ein bisschen atmet, dass die Riffs rausgenommen werden, dass es so ein bisschen atmet, tut dem ganzen Song extrem gut. Sie muss nicht reich sein, kein Modell mit langen Schritten, doch... Ich weiß halt nicht so ganz genau, ob das so klug ist, dem blinden Till jetzt hier so eine Schrotflinte in die Hand zu geben oder so, ne? Dass es so Pi mal Daumen einfach, dass er so Pi mal Daumen einfach ein bisschen rumballert so, ist jetzt vielleicht nicht so klug. Wir haben jetzt hier wirklich alle Riffs raus, wir haben jetzt irgendwie nur so ein Synth, was Flaki auch wieder eingespielt hat, was hier wieder, wie gesagt, super viel Abwechslung bringt, was echt gut kommt. Aber es ist auch gut, dass da auch direkte Prioritäten, die Fronten ein bisschen geklärt werden, so. Die Frau braucht eigentlich nichts, außer dicke Fritten. Versteht ihr, was ich meine? Sie muss nicht das, sie muss nicht das, sie muss nicht das, sie muss nicht das, aber das eine braucht sie. Das ist so der Game Changer für alles, anscheinend. Wie eine stetig offene Wunde, aus der Seele tropft das Blut, einzig Trost sind kleine Hunde. Das ist... Ich stopp hier wirklich nicht mit Absicht, obwohl es natürlich ein süßer Hund ist. Das sind süße Hunde, mein Gott. Der eine schaut mehr auf die Oberweite, der andere mehr auf die Hüften. Ja, doch, auf die Hüften so. Das kann man gut umschreiben, so. Der eine mehr auf die Hüften, der andere mehr auf das. Aber ist ja okay, hey, ist okay, wenn sich da zwei Menschen finden, so, die sich anziehen finden, wo es charakterlich noch passt. Warum nicht? Das sind aber süße Hunde. Wirklich. Davon nehme ich einen mit. Also das sind auch wirklich hier... Guck mal, wie er guckt. Guck mal, wie er den Kameramann anguckt. Was ist das für ein Blick, Chad? Was sagt der Blick des Hundes? Bitte lass mich hier. Ich will genau hier bleiben. Hier lege ich relativ komfortabel. Oder es ist so ein Blick, bitte hol mich hier raus. Kameramann, bitte hol mich hier raus. Wo hast du mich hier reingebracht? Ein feines Fräulein wäre gut. Ein feines Fräulein wäre toll. Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll. Ich bin auch gar nicht fehlerisch. Am Ende der Geschichte Muss sie nicht schön sein Sie muss nicht klug sein Guck mal, wie hier der ganze Song so eine ganz andere Wendung irgendwie nimmt. Wenn ihr wirklich nur diese Passage jetzt von einem Song hört oder diese Passage als Hörprobe, als Trailer oder so vorab rausgegeben wurde, denkt ihr auch so, oha, was ist das für ein Rammstein-Song? So ganz anders. Wir haben ganz andere, wir haben so eine ganz andere Melodik drin, einfach durch den Sünd, der gespielt wird. Die Riffs werden rausgenommen, dieses Hauptelement so. Ich finde, der Song geht da immer super, super schön auf irgendwie. Und man merkt auch, dass der Song jetzt in eine ganz andere Passage geht. Sie muss nicht klug sein Nein, sie muss nicht reich sein Lass mich raten, sie braucht nur eine Sache. Doch um eines möchte ich bitten Dicke Pippen Okay, jetzt wird Flake wieder rumgeschubst, weil es einfach... Warum? Warum wird Flake wieder rumgeschubst? Einfach, weil es Flake ist wahrscheinlich. Der Arme wird von allen irgendwie immer gemobbt, rumgeschubst, angezündet, weggekickt, weiß Gott was, ne? Das Flake da immer noch mitmacht bei dem ganzen Verein, Rammstein ist mir ein Rätsel ohne Witz. Jetzt haben wir hier, das ist ganz interessant, wir haben hier im zweiten Refrain jetzt so ein... Ja, auch so diese Blasinstrumente, die wir am Anfang drin hatten im Intro, laufen jetzt zusammen mit den Riffs und mit dem Schlagzeug im zweiten Refrain. Das hatten wir im ersten nicht, das kommt hier als Besonderheit in dem zweiten erst vor, das erste Mal. Was eigentlich ganz cool rüberkommt, das unterstützt diesen ganzen bayerischen Vibe noch irgendwie ein bisschen mehr, so, ne? Ich bin auch gar nicht anspruchsvoll, doch große Brüste werden toll. Stimmt, was macht Richard die ganze Zeit eigentlich? Das ist mir auch schon fast wieder so ein Rätsel, ne? Was macht Richard? Dann haben wir bis jetzt nur an der Nähmaschine gesehen, seine Perücke, abgezogen, neu aufgezogen, irgendwie sowas. Jetzt zieht er sich grad um. Ich will gar nicht wissen, wie Richard da hier aussieht, ohne Witz. Sie muss nicht schön sein. Sie muss nicht klug sein. Sie muss nur reich sein an Fettgewebe. Bitte, bitte. Sie wird nichts bei mir vermissen. Sie braucht nicht. Boah, aber so geräucherte Würstchen und so weiter, das können die Bayern schon, glaube ich, ne? Butter, so Brezeln können sie, Weißwurst. Ey, Weißwurst esse ich auch ultra gern mit süßem Senf oder sowas, mit so einem Laugen dazu, Laugenbrezel, irgendwie sowas. Das können sie auf jeden Fall, ne? Gut, ich bin kein Fan von so Lederhosen oder sowas. Hatte ich meinem Leben wirklich noch nie an. Was können die Bayern noch? Nicht mehr so viel, oder? Braucht gar nicht küssen. Braucht mich nicht mit Traubenlabel. Aber gut, dass Tildes immer direkt auf den Punkt bringt, was er will und was er nicht will. Oh, muss ich jetzt gleich aufpassen? Ne. Weil ich muss echt aufpassen, wenn diese Szene gleich kommt, dann bei 4,24, 4,25. Wenn ich die nicht stoppe, wenn ich die so durchlaufen lasse, dann gehe ich in Urlaub. Sag ich so, wie es ist. Flake. Es ist echt nicht von Vorteil, einen blinden Till mit so einem Stock irgendwie jetzt bergsteigen zu lassen. Wirklich nicht. Auch wenn er sagt, dass er das gerne tut, wenn er sagt, dass er das gerne machen möchte heute, lasst ihn zumindest nicht allein laufen. Der Mann sieht doch nichts. Er sieht nichts. Seht ihr jetzt nicht? Was soll ich machen? Also ich soll das Video ausmachen. Ihr wollt meinen Blick sehen. Okay, dann lasse ich diese Szene laufen, nur ihr seht die nicht. Also, ne. Aber so das Instrumental kommt schon arg bayerisch rüber, ne. Stopp jetzt? Jetzt schon stoppen oder was? Mach weg, mach weg, okay. Kurz zur Info nur ganz kurz für die Leute, die es auf YouTube sehen. Ich habe jetzt nur kurz das Video für euch weggemacht. Ich sehe das Video noch. Einfach weil der Chat sehen will, wie ich jetzt auf diese Szene reagiere. Was für eine Szene. Mein Gott, ich bleib cool wie immer. Chat, warte mal ganz kurz. Ich habe, ich habe gerade wirklich nicht hingeguckt. Ich habe, muss gerade... Ich gucke gerade auf den Chat. Meine Güte, ihr lenkt mich ab. Achso. Ja, da guckt er auch direkt weg. Der Pastor guckt auch direkt weg. Und denkt so, ah, ja, ja. Meine Güte, bitte nicht. Gott bewahre uns. Renn, Junge, renn einfach. Gott bewahre uns. Okay, ich glaube, jetzt kann ich das Video wieder anmachen. Gut, wir haben jetzt kurz eine Szene übersprungen. Wenn ihr diese Szene sehen wollt, der Original-Link zum Video ist wie immer in der Videobeschreibung. Oder also in meiner Videobeschreibung. Und wenn es nochmal eine Szene kommt. Und wenn ihr mich irgendwie verarscht habt. Wenn ich jetzt in den Urlaub geschickt werde. Dann ist was los, sag ich. So wie es ist. Da gibt es zwei Monate keinen Rammstein-Stream. Ohne Witz. Da gibt es halt zwangsläufig zwei Monate keinen Rammstein-Stream. Einfach weil ich im Urlaub bin. Flacke, Digga. Super. Super Video. Die Jungs müssen auf jeden Fall mehr Musikvideos drehen. Mehr neue Songs machen. Mehr Musikvideos drehen. Nicht immer auf Tour sein. Nicht immer hier, dies und da. Eine Tour ist schön. Ein Konzert ist schön. Mehr Musikvideos. Wir wollen mehr Musikvideos. Am besten solche Musikvideos. Die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Natürlich meine ich von der Atmosphäre her. Von der Kameraführung her. Was gezeigt wurde, was nicht gezeigt wurde. Das hat mir gut gefallen. Wirklich.